Musik Servus und Hallo bei ACHINTV Ich freue mich dich heute zu einer neuen Folge Microsoft Lite mit 720 zu begrüßen Ich bin sehr, sehr erleichtert, dass ich heute aufnehmen darf Ich habe gestern schon versucht, aber all meine Aufnahme war so leicht Ich bin jetzt heute drauf gekommen, dass der Pegel bei meinem Lautsprecher auf Leiste gestellt war Ich weiß nicht warum, weshalb das geschehen ist Ich weiß es einfach nicht Aber ich finde es sehr, sehr froh, dass ich das herausgefunden habe Das ich jetzt aufnehmen kann mit euch zusammen Und wir starten einfach mal los Ähm Ja Machen wir ein bisschen 75 75 mein weiter Nee, zwar ein kurzer Flug Ähm Machen wir den Piloten Den Co-Pilot machen wir ein bisschen schwerer 200 200 Gut Gut Ich habe gedacht, ich mache mal eine Tankstation aus Da ist es mal was anderes Und Und Ich habe ja noch gleich etwas wie wir sind Okay Wir sind in Servus Österreich Wir sind Welt Und wir machen einen kurzen Flug nach Linz Ich bin gespannt, was uns erwartet Ähm Ich weiß es nicht Ich habe eher leicht, dass ich noch etwas aufhören kann Obwohl ich heute nicht so viel Zeit habe Ich habe gestern so viel Zeit aufgenommen Ich war auf alles, weil ich nur ganz, ganz leise zu hören Ich war schon fast verzweifelt Aber Ich habe jetzt heute das Problem gefunden Mit der Hilfe des Herrn Dass der lautstärke Pegler meines Rekos auf Leise gestellt war Auf 20% ungefähr Ja Hier habe ich gestern einen schönen Nachtflug aufgenommen Ich verrate nicht wo Ähm Dann werde ich den anderen Mal aufnehmen Weil ich fand es sehr, sehr schön Den Nachtflug Und Ich freue mich darauf, wenn ich nochmal aufzunehmen Er hat bis jetzt sehr gefallen Ich verrate nicht wo Ja Weil ich habe eigentlich heute keine so viel Zeit Ich muss auch nach München Ja Ja, aber Ich nehme mir erst die Zeit Und ich sehe schön Zestner Mit euch Hier zusammen den Flug zu absolvieren Jetzt Nachtflug werden ist natürlich nicht möglich Ähm Ich verrate noch nicht wo Der Nachtflug war Ich muss die nochmal machen Weil ich fand es echt schön Und auch wenn es zu Natürlich war es Ich war jetzt auch irgendwie frustrierend Ich habe bloß das aufgenommen Ich habe jetzt vielleicht 10 Minuten aufgenommen Und alles war ich leise Ich habe gestern irgendwie gar nicht verstanden Und Ich bin jetzt froh, dass ich heute am Freitag noch etwas aufnehmen kann Damit ihr Morgen und übermorgen Also für euch heute und morgen Was zu sehen habt Ich bin sehr froh darüber Und ich hoffe es geht euch genauso Obwohl ich schade fände Die über eine Stunde Die eine halbe Stunde Wo ich gestern mit der Aufnahme von Nachtflug verwendet habe Dass die jetzt nicht Brauchbar ist Schade schade aber Ich bin wenigstens der Leiste Das jetzt eigentlich normal funktioniert Das ist das wichtigste Und ich werde jetzt echt schade Wenn ich euch am Wochenende jetzt einfach nix Das ist auch ein interessantes Flugzeug Ich habe das Flugzeug ausgewählt 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 Ja, manchmal ist es halt so Und ich hätte mich sehr gefällt Ich hätte mich sehr gefällt es zu zeigen Aber Manchmal ist es halt nicht so wie man es sich wünscht Was irgendwie auch immer frustrierend Und Enttäuschend Ja Das ist schon ganz wichtig Der Sahne wird dieser Motorrad hier Schon ganz wichtig Das alle gehört dieser Motorrad hier Und 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 Wann geht es los jetzt Können wir uns noch mal ein bisschen umschauen hier Und Scheint mir so wie ein kleiner Transportflieger irgendwie. Weil ich entdeckt habe im Nachtflug, wenn ich jetzt so mache, dann komme ich auf den Pilotensitz. Wenn ich wieder zurück mache, aber es ist eine wunderschöne Landschaft, finde ich. Ja. Ich sehe, das ist nur ein kurzer Flug. Lohnt sich euch gar nicht zu fliegen, die Entfernung? Ja. 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 KLS Runway 26, Visual Runway 26R, Infrawindow, Landing and Departing Runway 26, Runway 26R, VFR aircraft say direction of flight, all aircraft read back hold short instructions, advise controller on initial contact, you have GOLF. set up No choreography 11 pm, 6 miles Also in Richtung 11.00 Uhr, 6.00 Meilen, also ihr seht, es ist nicht weit. Zunächst mit dem kurzen Flug. Schreit, ich finde es toll, den fleißen Minotiffen auf die Gegend toll. Ich glaube, was mit dem Google Maps wäre, wäre es halt noch viel viel besser. Wenn sie schon, aber... Pink. Ja, nein, wer benutzt es schon pink? Ich nicht. Wie? Also, Wells ist die Flughafen bezeichnet L.O.L.W. und Linz ist L.O.W.L. Falls jetzt jemand interessiert. Ich habe schon zu viel gemerkt heute. Ich möchte über Österreich sein. Wir sind schon bei 11 Minuten und setzen uns zur Landung an. Also ganz kurzer Flug einfach. Tut mir echt leid, dass ich nicht länger fliegen kann heute in der Folge. Es sollte eigentlich zwei längere Folgen kommen. Aber da meine Schrift zu leise ist, das macht eigentlich keinen Sinn. Ich habe bestimmte Sachen erzählt. Die haben wir auch für die Nachtflug-Folge dann. Deswegen gibt es Samstag sind zwei kürzere Folgen. Und dann gibt es dann nächste Woche, wie längere Microsoft Light Semiliter folgen. Ich hoffe es macht euch genauso Spaß. Wie mir. Dass ich auch da mal ein bisschen außergewöhnliche Ziele aussuche. Ich plane dann für nächste Woche den Nachtflug. Und noch einen anderen längeren Flug. Ich glaube es ist doch nicht so bekannt, wie. Ähm. Wie viele andere YouTuber-Strecken fliegen. Aber ich möchte ja nicht. Genauso gleich wie andere YouTuber-Strecken. Ich möchte mich auch ein bisschen abheben. Und wer fängt schon von. Wer fängt schon von YouTube schon von Wels nach Linz. Ja. Keiner wahrscheinlich. Ja. Alles sieht toll aber toll aus. Auch wenn es nur ein kurzer Flug ist, ist es einfach, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt. Normalerweise. Das ist das, was ich nicht will, zu tun hat dafür. Was ist denn, ich könnte sagen, ich könnte... Weißt du, Herr Himmels könnte eigentlich auch zu Bayern passen. Jetzt drehen wir uns hier ein bisschen. Sind wir ein bisschen zu schnell. Aber der Co-Pilot wird es hoffentlich schaffen. Und jetzt geht es langsam runter zum... Ach, ich habe noch eine Information, wem es interessiert. Es geht von GameStar. Vom Magazin GameStar. Gibt es ein Sonderheft. Zum Microsoft Flight Simulator. Ich habe noch ein bisschen reingeblässert bis jetzt. Ich finde es richtig toll. Als wenn du Anfänger bist wie ich, kann ich das dir nur herzens... Ähm... ... 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 Jetzt haben wir es gleich geschafft. Ich habe euch gefällt, hat der kurze, 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 wirklich gefallen. Aber es sieht doch toll aus mit den Bergen im Hintergrund. Wunderschön. Also wir rollen mehr als wir fliegen gefühlt irgendwie. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra taxi to parking. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra taxi to General Aviation parking using Taxway Charlie Alpha Delta. Taxiing to General Aviation parking via Taxway Charlie Alpha Delta Cessna X-ray Golf Sierra. Ja, fahren wir mal ganz langsam wirklich nach vorne. Ich bin erleichtert, dass jetzt alles, was so funktioniert, wie soll. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, dass der Lautstärkepegel vom Mikrofon nach unten geschaut wurde. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Das ist ein Fall wie Galileo Mystery. Wie kam es dazu, dass der Lautstärkepegel nach unten kam? Die Antwort sind sie bei Galileo Mystery. Ja, so ist mir jetzt so spontan eingefallen. Ja. 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 Ich sage, wir rollen länger, als dass wir nicht Fliegen sind. an mir gefällt ich bin echt super und für 1 euro statt die 60 euro kam ja nichts dazu sagen und sind ja auch wirklich andere spielte breite wochen angezeigt wieder von anderen spiel gemacht hat alles gestern nicht geklappt es kommt auch alles an die nächsten ein zwei wochen also alles neu ich war gestern abend auch schon ganz schön frustriert aber es hilft ja nichts ein ticke fliegt er hier stehen nicht so rum was macht denn hier sind riesige flieger so mit zunächst gut ich freue mich dass wir an unsere ziel angelangt sind so normal ist aus stehen aus und ich danke mir dass ich danke dass du zugeschaut hast bis zum nächsten so mal ist ja auch sei an die